Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren und herzlich willkommen. 1968, an was denken Sie da? An die spektakulären Protestaktionen gegen den Vietnamkrieg 1966? An die Erschießung des Studenten Benno Ohnesorg ein Jahr später? Oder fällt Ihnen spontan der Name Rudi Dutschke ein? Vielleicht denken Sie aber auch über das Jahr 1968 hinaus, etwa an die Radikalisierung in Gestalt der Terrororganisation RAF. Oder verbinden Sie mit dieser Jahreszahl die Revolte der Jugend rund um den Globus? Diese Jugend, die vor allem eines wollte, Abgrenzung von einer geschichtsbelasteten Elterngeneration sowie Befreiung von verkrusteten Lebensformen. Das ist das Bild durch unsere westeuropäische Brille. Alexander Friedmann wird an diese Perspektive anknüpfen und Ihnen Entstehung und Entwicklung der 68er-Bewegung in den USA und in Westeuropa in Erinnerung rufen. Darüber hinaus, und das ist gerade das Spannende, wird er aber auch fragen, wie die westeuropäische 68er-Bewegung in Osteuropa rezipiert wurde. Wissen Sie so genau, welche Wirkung die Bewegung in der Sowjetunion, in der DDR, in Rumänien, Ungarn, Bulgarien hatte? Und wie reagierte Polen auf die studentischen Märzunruhen im Jahr 68? Dass die Proteste auch die osteuropäischen Staaten in nicht unerheblichem Maße provozierten, ist nicht erstaunlich. Sie waren für die kommunistischen Machthaber aber zudem Anlass, um eine antisemitische Kampagne loszutreten. Auch davon werden Sie im Vortrag mehr erfahren. Sinnbild der 68er-Bewegung in Osteuropa ist vor allem der Prager Frühling. Demokratisch, sozial gerecht, modern. So stellte sich Alexander Dubček, erster Sekretär der Kommunistischen Partei, die künftige Tschechoslowakei vor. Doch, und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist auf den Tag genau 50 Jahre her, in der Nacht vom 20. auf den 21. August 68, rückten Truppen der Warschauer Paktstaaten in die GSSR ein. Damit wurde Dubčeks Hoffnung auf einen Sozialismus mit menschlichem Antlitz mit einem Schlag zunichte gemacht. Sie werden im Laufe des Vortrags von Alexander Friedmann ganz bestimmt feststellen, ihren ersten Assoziationen zur 68er-Bewegung lässt sich noch einiges an Wissen hinzufügen. Bevor unser Referent uns den Blick auf dieses Themenspektrum weitet, möchte ich Ihnen noch kurz einige Stationen seiner Vita vorstellen. Dr. Alexander Friedmann studierte Geschichte an der Staatsuniversität Weißrusslands, sowie neuere und neueste Geschichte, Philosophie und Deutsch als Fremdsprache an der Universität des Saarlandes. Hier wurde er 2009 zudem promoviert. Er ist Mitarbeiter unter anderem am Forschungsprojekt Widerstand im Rheinland 1933 bis 1945, sowie am Dokumentationsprojekt Juden in Nazideutschland von Yed Vashem in Jerusalem. Außerdem nimmt er Lehraufträge wahr und ist in zahlreiche Forschungsprojekte eingebunden, unter anderem an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, an der Universität Sciences Po Paris in Nancy oder am Fonds National de la Recherche Luxembourg. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die sowjetische Geschichte, die Geschichte der Juden in Osteuropa, sowie der Nationalsozialismus. Lieber Herr Dr. Friedmann, herzlich willkommen in der Stiftung Demokratie Saarland. Guten Abend, meine verehrten Damen und Herren, liebe Frau Paul, vielen Dank für diese Einführung und für die Einladung und für die Möglichkeit, diesen Vortrag zu diesem spannenden Thema über die 68er Bewegung in Osteuropa hier heute in der Stiftung Demokratie halten zu dürfen. Ich würde dann mit meinem Vortrag beginnen. In die Geschichte Osteuropas ging das Jahr 1968 vor allem als das Jahr der studentischen Märzunruhen in Polen und des Prager Frühlings. Diese Ereignisse und ihre Rezeption im Ostblock in erster Linie in der Deutschen Demokratischen Republik und in der Sowjetunion werden in meinem Vortrag thematisiert. Um die sowjetische und ostdeutsche Rezeption des tschechoslowakischen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zu veranschaulichen, wird der Umgang mit einem der geistigen Wegbereiter des tschechoslowakischen Experiments mit dem Literaturwissenschaftler Eduard Kulstüger analysiert. Zunächst aber zu diesen Ereignissen in Polen und in der Tschechoslowakei. Noch im Juni 1956 erhoben sich zahlreiche Arbeiter in Posen, die gegen ihre dramatische wirtschaftliche Lage protestierten. Der von der polnischen Armee brutal niedergeschlagene Arbeiteraufstand, 57 Tote, etwa 600 Verletzte, brachte der Volksrepublik Polen im Ostblock den Ruf eines unsicheren Kantonisten ein. 1968, zwölf Jahre später, bestätigte Polen diesen Ruf. Der nach dem Posener Aufstand installierte neue Chef der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei, Nationalkommunist Wladyslaw Gomulka, versprach eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Situation und eine Liberalisierung der stalinistischen Parteidiktatur. Das ist dieser polnische Parteichef Wladyslaw Gomulka. Da diese Versprechen aber nicht eingelöst wurden, verstärkte sich die regierungskritische Stimmung in Polen. Am 30. Januar 1968 demonstrierten etwa 200 Warschauer Studenten gegen die Zensur im Land. Bestrebt die Protestbewegung im Keim zu ersticken, ließ das polnische Regime die Polizei die Demonstration gewaltsam auflösen und Dutzende Demonstranten festnehmen. Um die Studenten zusätzlich einzuschüchtern, leitete man die Strafsachen gegen neun Demonstranten ein. Die Aktivisten Adam Michnik und Henrik Schleifer wurden von der Universität Warschau verwiesen. Das sind diese zwei polnischen Dissidenten, Adam Michnik und Henrik Schleifer. Schleifer ist ein bedeutender polnischer Wirtschaftswissenschaftler und Adam Michnik ist wohl der wichtigste Publizist Polens. Heute ergibt in Warschau die Zeitung Gazeta Weborcza heraus und das ist die wichtigste liberale Zeitung in Polen heutzutage. Und er ist eigentlich, das ist fast selbstverständlich, ein entschlossener Kritiker der aktuellen polnischen Regierung. Zur Überraschung der Parteiführung lösten die Strafmaßnahmen gegen die Warschauer Studenten eine landesweite Protestwelle aus, wobei an den Demonstrationen nicht nur Studenten teilnahmen, die sich mit ihren Warschauer Kommilitonen solidarisierten und Freiheit und ein Ende der Repressionen forderten, sondern auch Arbeiter, die mit ihrer wirtschaftlichen Lage unzufrieden waren. Das ist ein Bild von diesen Protesten, eine große Umgebung in Warschau am 8. März 1968. Durch die Ausbreitung der Proteste tief beunruhigt, befürchteten Gomulka und seine Mitstreiter einen neuen Aufstand und suchten ihr Heil in einer Doppelstrategie. Die kommunistischen Machthaber verschärften konsequent ihre Repressionspolitik und setzten auf die Radikalisierung der antisemitischen Propagandakampagne, die der nichtjüdischen Mehrheit in Polen erklären sollte, die Proteste seien von sogenannten zionistischen Hintermännern, also kurz gesagt vor den Juden, im Auftrag des Westens organisiert worden. Die erwähnte antisemitische Kampagne begann in Polen und in anderen Ostblockstaaten im Kontext des israelisch-arabischen Sechstagekrieges 1967. Noch im Sommer 1967 hetzten Ministerpräsident Josef Czerankiewicz und Innenminister Meczysław Mocha, Verteidigungsminister Wojciech Jaruzelski und vor allem Parteichef Gomulka gegen eine von Israel begeisterte, sogenannte zionistische fünfte Kolonne in Polen und gegen die Zionisten in Israel und im westlichen Ausland. Also das ist der polnische Regierungschef Josef Czerankiewicz, eigentlich ein überzeugter Antisemit, ein kommunistischer Funktionär und übrigens ein Auschwitz-Häftling. Also in Auschwitz hat er das Schicksal von Juden vor Ort sozusagen miterlebt. Das hat seine antisemitische Einstellung nie geändert. Das ist wohl der radikalste Antisemit in der polnischen Führung, Meczysław Mocha. Er war von dieser sogenannten jüdischen Frage wirklich besessen. Das ist Wojciech Jaruzelski, der spätere Parteichef Polens in den 80er Jahren. 1968 hat er dafür gesorgt, dass alle jüdischen Offiziere schon im Jahre 68 aus der polnischen Armee entlassen wurden. Und das ist Wladyslaw Gomulka, noch einmal der Parteichef. Vielleicht eine kurze Anekdote in diesem Zusammenhang hier auf dem Bild. Sehen Sie Gomulka zusammen mit seiner Ehefrau. Und seine Ehefrau war eine polnische Kommunistin jüdischer Herkunft. Und was vielleicht diese ganze Sache ein besonderes Paradox macht, trotz ihrer jüdischen Herkunft hat sie die antisemitische Kampagne ihres Mannes entschlossen unterstützt. Das heißt, sie hat diese antisemitische Kampagne in Polen mitgetragen. Im Frühjahr 68 erklärte die polnische Propaganda und selbst Gomulka, dass diese sogenannte zionistische Fünfte Kolonne, etwa die Juden Michnik, Schleifer und weitere prominente Aktivisten der polnischen Studentenbewegung nunmehr einen offenen Angriff auf den Sozialismus in Polen gewagt habe und somit entschlossen bekämpft werden solle. Also zum Beispiel auf diese Art und Weise. Das sind die Massenkundgebungen, die in Polen von der Regierung in Betrieben organisiert wurden. Und hier vorne sitzen etwa Menschen mit einem Blockat Zionisten nach Israel. Also Zionisten, sprich Juden, sollen Polen verlassen und nach Israel übersiedeln. Zum Kontext dieser Propagandakampagne. Im Zweiten Weltkrieg war Polen bekanntlich ein zentraler Schauplatz des nationalsozialistischen Judenmordes. Unmittelbar nach dem Krieg erlebte das Land eine Reihe antisemitischer Gewaltausbrüche. 1968 ging Gomulka von einem beträchtlichen antisemitischen Potenzial in seinem Land aus und sein Kalkül ging tatsächlich auf. Ende April 1968 wurde die Protestbewegung in Polen niedergeschlagen. Zahlreiche Aktivisten wurden festgenommen und verurteilt. An polnischen Universitäten und in anderen Institutionen fanden große Säuberungsaktionen statt. Die antisemitische Kampagne beschleunigte den jüdischen Exodus aus Polen. Insgesamt 15.000 Juden verließen Ende der 60er Jahre die Volksrepublik und gingen in verschiedene Länder. Manche in die Bundesrepublik Deutschland, andere nach Skandinavien, aber vor allem nach Israel. Während sich die Lage in Polen in der zweiten Hälfte 1968 nach und nach zu beruhigen schien, spitzte sich die Situation in der Tschechoslowakei zu. Die Entwicklungen in der CSSR erschienen dem Kreml dabei wesentlich dramatischer als in Polen im Frühjahr. In Warschau lehnten die Machtkaber jegliche Zugeständnisse an Studenten und Arbeiter kategorisch ab. In Prag trieb ausgerechnet die tschechoslowakische Parteiführung das Projekt des demokratischen Sozialismus beherzt voran. Die Geschichte des Prager Frühlings begann am 5. Januar 1968 mit einem von Moskau befürworteten Wechsel an der Spitze der tschechoslowakischen kommunistischen Partei. Der unbeliebte Altstalinist Antonin Novotny wurde durch den ersten Sekretär des Zentralkomitees der kommunistischen Partei der Slowakei, Alexander Dubčik, ersetzt. Das ist dieser Altstalinist Novotny. Er war an der Spitze der Tschechoslowakei, also hat im Grunde genommen die ganzen 50er Jahre in der tschechoslowakischen Geschichte geprägt. Und 1968 wurde er sowohl als Generalsekretär des EK der kommunistischen Partei als auch als Staatspräsident abgesetzt. Und das ist sein Nachfolger in der kommunistischen Partei Alexander Dubčik. Die von der neuen tschechoslowakischen Parteiführung versprochene Reformpolitik wurde im Kreml zunächst gelassen registriert. In Moskau ging man davon aus, dass siegte tschechoslowakische Kommunisten ähnlich wie die UdSSR in der zweiten Hälfte der 60er Jahre auf eine Reihe verwaltungswirtschaftlicher Reformen beschränken würden. Prag beabsichtigte hingegen eine radikale Umwälzung der stalinistisch geprägten kommunistischen Diktatur. Politische Gefangene wurden freigelassen und rehabilitiert. Man schaffte die Zensur ab und führte Meinungs-, Presse-, Reise- und Versammlungsfreiheit ein. Im wirtschaftlichen Bereich wurden die Privatisierungen von Klein- und Mittelbetrieben und die Beseitigung des administrativen Kommandosystems beschlossen. Es wurde außerdem über die Reform des tschechoslowakischen Föderalismus diskutiert. Angesichts dieser umfassenden Reformpolitik entwickelte sich die Tschechoslowakei zu einem Sehnsuchtsort westlicher Kommunisten und vor allem der westeuropäischen Studentenbewegung, die faszinierend den tschechoslowakischen Drittenweg zwischen dem westlichen Kapitalismus und dem sowjetischen real existierenden Sozialismus beobachtete. Über die Entwicklungen in der Tschechoslowakei freuten sich sowohl das von der Sowjetunion unabhängige kommunistische Regime in Jugoslawien als auch die rumänische Ceausescu-Diktatur, die sich zunehmend von der Sowjetunion distanzierte. Moskau-offene Feinde in China und in Albanien registrierten eine Verschlägerung der Beziehungen zwischen Moskau und Prag und seien darin ein Merkmal einer sich abzeichnenden Spaltung des Warschauer Paktes und somit eine erwünschte Schwächung des Kreml. Die internationale Bedeutung des Prager Frühlings lässt sich am Beispiel der DDR veranschaulichen. 1968 blickte die SED-Führung in Ostberlin besorgt in Richtung Westberlin, Warschau und vor allem Prag. Im Hinblick auf Westberlin befürchtete man die Ausbreitung der westlichen Protestkultur, also der westlichen Studentenbewegung, in der DDR. Als überzeugter Altstalinist begrüßte SED-Chef Walter Ulbricht die Unterdruckung der Protestbewegung in Polen und verurteilte den Prager Reformkurs. Ulbricht wusste außerdem, dass zahlreiche DDR-Bürger und Bürgerinnen diese tschechoslowakische Politik unterstützten und sich im SED-Staat tschechoslowakische Verhältnisse wünschten. So zeigen etwa Stasi-Berichte aus dem Jahr 68, dass viele Ostdeutsche die Entwicklungen in Polen und vor allem in der Tschechoslowakei aufmerksam verfolgten, als Touristen in die Tschechoslowakei strömten und dort etwa ungehindert westliche Presse und Schallplatten kauften. Einzelne DDR-Bürger und Bürgerinnen versuchten über die Tschechoslowakei in den Westen zu fliehen. Als sogenannte Hochburg der Konterrevolution im Herzen Ostberlins galt das tschechoslowakische Kulturzentrum am Bahnhof Friedrichstraße, das 68 eine Reihe gut besuchter Veranstaltungen organisierte, indem man etwa die ab Ende Mai 68 in der DDR verbotene deutschsprachige Prager Volkszeitung erwerben konnte. Diese Prager Volkszeitung, das ist glaube ich bis heute die größte deutschsprachige Zeitung in Tschechien, vor 68 hat sich kaum jemand in der DDR für diese Zeitung interessiert. Nach dem Beginn des Prager Frühlingssitzes ist diese Zeitung plötzlich auch in der DDR interessant geworden und dann hat die DDR-Führung beschlossen, die Verbreitung dieser Zeitung in Ostdeutschland zu verbieten. Man hat das tatsächlich gemacht, aber die, die tatsächlich diese Zeitung kaufen wollten, konnten das auch tun, nämlich in diesem tschechoslowakischen Kulturzentrum am Bahnhof Friedrichstraße. Ulbricht und seine Kollegen in Warschau, Gomulka und Sofia Todor-Šivkaw, sowie die Hardline im Kreml betrachteten den Prager Frühling als Gefährdung des sozialistischen Systems und verlangten das Ende des gefährlichen, aus ihrer Sicht gefährlichen tschechoslowakischen Experiments. Nicht zuletzt unter dem Einfluss alarmierenden Berichte aus Ost-Berlin befasste sich Moskau bereits ab März 68 mit einer militärischen Operation gegen die Tschechoslowakei. Also im Grunde genommen, Walter Ulbricht war eine treibende Kraft der Militäroperation gegen die Tschechoslowakei. Gleichzeitig erhöhte man den Druck auf die tschechoslowakische Führung. Da sich diese aber von ihrem Reformkurs nicht abbringen ließ, wurde im Juli die Entscheidung über den Einmarsch getroffen. Die sowjetisch-polnisch-bulgarisch-ungarische Militäroperation Donau begann in der Nacht zum 21. August. Zahlreiche Tschechen und Slowaken, die auf die Invasion mit zivilem Ungehorsam antworteten, nahmen die Zerstörung des Sozialismus mit menschlichem Antlitz und die Wiederherstellung des real existierenden Sozialismus als ihre persönliche Katastrophe wahr. Einige Bilder aus Prag Ende August 68, also Massenproteste von Zivilisten gegen die sowjetische Invasion. Also man hat versucht, Gespräche mit sowjetischen Soldaten zu führen, sowjetische Soldaten davon zu überzeugen, dass sie eigentlich in Prag auf einer falschen Mission sind. Es gab auch heftige antisowjetische Proteste, wie hier Aufschriften in russischer Sprache, Besatzer geht nach Hause oder wir wollen keine Russen, Besatzer geht nach Hause, also dieser Slogan war sehr beliebt in Prag damals oder sowas. Geht nach Hause, hier gibt es kein Wodka. Also ein Aufruf an russische Soldaten. Also manche Soldaten waren wohl beleidigt. Gut, dann gehe ich weiter. In der Partei, in staatlichen Institutionen, in der Presse und an Universitäten fanden in der Tschechoslowakei, nicht anders als in Polen, Säuberungsaktionen gegen Anhänge des demokratischen Sozialismus statt. Viele Menschen, vor allem Intellektuelle, verließen das Land und gingen nach in den Westen. Zu diversen Protestaktionen gegen die Invasion kam es auch vereinzelt in der Sowjetunion und in der DDR. Die von sieben sowjetischen Dissidenten organisierte und vom KGB brutal niedergeschlagene Demonstration auf dem Roten Platz in Moskau am 25. August 1968 wurde zum Symbol der internationalen Solidarität mit der Tschechoslowakei. Also insgesamt sieben Dissidenten haben an dieser Aktion teilgenommen am 25. August. Also die konnten insgesamt diese Aktion etwa fünf Minuten durchführen. Danach wurden sie zusammengeschlagen von der sowjetischen Geheimpolizei. Manche von den Teilnehmern haben Gefängnisstrafen dafür bekommen. Andere wurden in Psychiatrien eingewiesen. Also von diesen sieben Teilnehmern dieser Aktion haben fünf in den 70er Jahren die Sowjetunion verlassen. Dann gehe ich weiter. Eduard Goldstücker, Diplomat und Literaturwissenschaftler, ein sehr wichtiger Protagonist der osteuropäischen 68er Bewegung. Am 23. März 68 trafen sich die Partei und Regierungschefs Polens, Bulgariens, Ungarns, der DDR, der Sowjetunion und Tschechoslowakei in Dresden, um die aktuellen Entwicklungen in Polen und in der Tschechoslowakei zu besprechen. Fünf Tage später beschäftigte sich das Zentralkomitee der kommunistischen Partei Bulgariens mit der Dresdner Konferenz. Der erste Sekretär Todor Živkov hielt den tschechoslowakischen Sozialismus mit menschlichem Antlitz für einen, Zitat, kontrevolutionären Ausbruch, Zitat Ende, und eine, Zitat, subversive Aktion des Westens, Jugoslawiens und selbstverständlich der Zionisten, Zitat Ende. Letztere, also die Zionisten, hätten bereits bei den Unruhen in Polen eine große Rolle gespielt. Da unten ein Foto von Zivkov mit dem sowjetischen Staatschef Brezhnev. Ende April 1968 absolvierte Zivkov einen Staatsbesuch in der Tschechoslowakei und sah sich dort in seiner Analyse bestätigt. Anschließend unterrichtete er den SED-Chef Ulbricht über einflussreiche Juden, die die Politik der CSR maßgeblich bestimmen würden. Zum sogenannten inneren Kern der zionistisch geprägten kontrevolutionären Gruppe in der tschechoslowakischen Führung zählte Zivkov den charismatischen Vorsitzenden der Nationalen Front, den früheren Spanienkämpfer Franziska Kriegel, den für Wirtschaftsreformen zuständigen stellvertretenden Ministerpräsidenten Otto Schick, den Direktor des tschechoslowakischen Staatsfernsehens Irge Pelikan und vor allem den Präsidenten des tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes Eduard Goldstücker. Also diese vier Personen, die sind tatsächlich jüdischer Herkunft und das waren sozusagen prominenteste Juden in der tschechoslowakischen Führung. Also Franziska Kriegel, er ist übrigens in der Tschechoslowakei geblieben, er wollte nicht auswandern und hat als Dissident in den 70er Jahren in der Tschechoslowakei gelebt. Hier auf dem Bild sehen Sie ihn zusammen mit dem späteren tschechoslowakischen beziehungsweise tschechischen Präsidenten Václav Gavl. Gavl und Kriegel waren befreudet. Das ist Otto Schick, er war für die Reformpolitik im wirtschaftlichen Bereich zuständig, stellvertretender Ministerpräsident. Er hat die Tschechoslowakei verlassen und sich in der Schweiz niedergelassen und glaube ich war an einer schweizerischen Hochschule, ich weiß es nicht mehr an welcher, war er als Professor tätig. Das ist Irge Pelikan, er war an der Spitze des tschechoslowakischen Staatsfernsehens und er hat im Grunde genommen die Meinungsfreiheit in der Tschechoslowakei eingeführt. Auch er musste die Tschechoslowakei verlassen und er musste die Tschechoslowakei verlassen. Er hat sich in Italien niedergelassen und das ist Eduard Gulstuka, auf den ich jetzt ausführlicher eingehen möchte. Die von Schiffkow vertretene und in den Führungskreisen der Ostblockstaaten weit verbreitete abstruse antisemitische Verschwörungstheorie stilisierte die Zionisten zu einem erbitterten Feind des Sozialismus und seien den Ereignissen in Polen und in der Tschechoslowakei einen Versuch der Zionisten, ihre Herrschaft zu etablieren und diese Länder im Interesse des Westens und vor allem Israels zu missbrauchen und stellte den im Ausland angesehenen Literaturwissenschaftler Eduard Gulstuka als sogenannte graue Eminenz des Prager Frühlings dar. Noch während der Dresdner Konferenz warnte übrigens Ulbricht explizit vor Gulstuka, der mit seinem Zitat Unsinn, Zitat Ende, die tschechoslowakische Jugend habe verderben wollen. Reflektierte das Feindbild Gulstuka die herausragende Bedeutung des Literaturwissenschaftlers in den tschechoslowakischen Ereignissen 68 oder spiegelt es in erster Linie das antisemitische Weltbild der kommunistischen Führung in Moskau, Ostberlin oder Sofia wieder? Diese Frage versuche ich nun in meinem Vortrag zu beantworten. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges im nordslowakischen Dorf Potbil in der jüdischen Familie des Sägewerkarbeiters Josef und seiner Ehefrau Theresie geborene Literaturwissenschaftler Eduard Gulstuka feierte am 30. Mai 83 seinen 70. Geburtstag. An diesem Tag würdigte die österreichische Schriftstellerin und Journalistin Hilde Spiel den tschechoslowakischen Intellektuellen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wie folgt. Das ist hier das Spiel und jetzt lese ich fort. Gültig, gültig, Entschuldigung, integer und weise zu sein ist nicht das höchste Verdienst. Man mag es günstigen Genen oder angenehmen Lebensumständen verdanken. Doch all dies zu bleiben, wenn man dauernd vom Sturm der Zeit gerüttelt wird, wenn jede Welle von Krieg, Verfolgung, Verbannung einen trifft, ist des Lobes wert. Ein Mann von ruhiger philosophischer Gemütsart, der sich gleichwohl leidenschaftlich für jede mögliche Verbesserung der Gesellschaftsordnung interessiert, gerät in den Sorg der gewaltigen Umwälzungen unseres Jahrhunderts. Dass er trotzdem nicht die Fassung verliert, unfähig ist des Hasses gegenüber seinen Gegnern und niemals in Versuchung kommt, sein klares Urteil durch Ressentiment trüben zu lassen, scheint geradezu übermenschlich. In diesem Sinn ist Eduard Goldstücker ein Übermensch. Spill rekurrierte auf die bewegende Biografie des Jubelars, welche die dramatische Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas im 20. Jahrhundert und im Jahr 68 widerspiegelt. In Österreich-Ungarn geboren, wuchs Goldstücker in der jungen demokratischen tschechoslowakischen Republik auf. Durch seine Lebenserfahrungen im interkulturellen Umfeld stark geprägt, schon als Gymnasiast konnte er Slowakisch, Ungarisch, Tschechisch, Idisch, Deutsch, Französisch und Hebräisch. Später lernte er Englisch, Russisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch. Allein durch diese Erfahrungen war er sehr stark geprägt. Er absolvierte zwischen 1931 und 1936 sein Studium der Germanistik und Romanistik an der renommierten Karls-Universität Prag und arbeitete anschließend als Aushilfsprofessor an einer Realschule und als Lehrer an einer Privatschule in Prag. Als Gymnasiast in der slowakischen Stadt Kosice engagierte er sich in den 20er Jahren in der sozialistisch-zionistischen Jugendbewegung Kaschomer-Khazair. Unter dem Einfluss der Weltwirtschaftskrise 1929, die Tschechoslowakei hart traf und der Etablierung der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland schloss sich der Student-Golstücke der kommunistischen Bewegung an und gehörte Ende der 30er Jahre zu den bekanntesten Figuren der tschechoslowakischen kommunistischen Szene. Nachdem die Wehrmacht Mitte März 1939 in die sogenannte Rest-Tschechei einmarschiert war, musste er mit seiner Frau Martha fliehen und ging nach Großbritannien. Seine Mutter Theresie und seine ältere Schwester Jolana wurden von den Nationalsozialisten in Auschwitz vergast. 1942 an der Oxford University mit einer Dissertation über Scherz, Satire und Ironie als künstlerisches Mittel der Literaturbewegung Junges Deutschland erste Hälfte der 1830er Jahre promoviert, leitete Goldstücke die Kulturkommission der tschechoslowakischen kommunistischen Partei in England und fungierte 1943 als Referent für das Hochschulwesen im Innenministerium und später als Mitarbeiter im Außenministerium der tschechoslowakischen Exilregierung in London. Zwischen 1944 und 1951 gelang es Goldstücke eine beachtliche diplomatische Karriere. 1944 und 1945 war er Presse- und Kulturattaché in der tschechoslowakischen Botschaft in Paris, wechselte 1946 als Botschaftsrat nach London und blieb dort bis 1949. Die Etablierung der kommunistischen Herrschaft in Prag 1948 begünstigte zunächst seinen Aufstieg. Als erste Gesandte kam er Anfang der 50er Jahre nach Tel Aviv. Also Goldstücke war der erste tschechoslowakische Botschaft in Israel. Das ist ein Bild Goldstücke in Israel. Judisch-religiös in seiner Kindheit wurde Goldstücke als Jugendliche zum Atheisten, Zionisten und später Kommunisten. In seinen Erinnerungen betonte er Goldstücke, dass er, ob schon er nach Palästina niemals habe auswandern wollen und als Kommunist seine ganze jüdische Erbschaft hinter sie gelassen und aus ihr hinaus entwickelt habe, trotzdem seiner jüdischen Abkunft immer bewusst gewesen sei und diese niemals zu verbergen bzw. zu verneihen versucht habe. In Israel vertrat er ein Land, das einen wesentlichen Beitrag zum israelischen Sieg im Unabhängig Krieg 1948 leistete. Die Tschechoslowakei lieferte damals dem jüdischen Staat Waffen, Munition und Jagdflugzeuge, bildete jüdische Kämpfer aus und ließ eine freiwillige Brigade aus tschechoslowakischen Juden zusammenstellen. Goldstück als nächste diplomatische Station hätte Schweden sein sollen. Nach Stockholm dürfte er aber nicht kommen. Ende der 40er Jahre rief Stalin eine große antisemitische Kampagne ins Leben, die in der Tschechoslowakei mit dem Schauprozess gegen die Leitung des sogenannten staatsfeindlichen Verschwörerzentrums mit Rudolf Slansky an der Spitze im November 1952 ihren Höhepunkt erreichte. Ins Blickfeld der tschechoslowakischen Staatssicherheit geriet Anfang der 50er Jahre auch Eduard Goldstücker, der im Dezember 1951 festgenommen und im Mai 1953 vom obersten Gericht der Tschechoslowakei unter anderem wegen Hochverrat und Spionage zu einer lebenslangen Zuchthausstrafe verurteilt wurde. Dabei hatte Goldstücker eigentlich Glück im Unglück, denn die Staatsanwaltschaft hatte für ihn die Todesstrafe gefordert. Nach insgesamt vier Jahren im Zuchthaus Leopoldov und in den Uranbergwerken in Jakimow wurde der zweifache Vater Goldstücker, 1942 und 1947 waren seine Töchter Anna und Helena auf die Welt gekommen, Ende 1955, also nach dem Tod des Talins, aus der Haft entlassen, rehabilitiert und durfte zunächst als Lehrbeauftragte und später als Dozent in seine Prager Alma Mater an die Karls Universität zurückkehren. Als stellvertretende Vorsitzende des Fachbereichs Neuphilologie an der Akademie der Wissenschaften der Tschechoslowakei ab 1960 und Professor für Deutsch Literatur an der Karls Universität zwischen 1963 und 1968 und 1969 Prorector dieser Hochschule profilierte sie Goldstücke als international angesehene Germanist. In der ersten Hälfte der 60er Jahre sorgte der Prager Professor sogar für eine Sensation in der europäischen Literaturwissenschaft, indem er 1963 eine internationale marxistische Kafka-Konferenz zum 18. Jubiläum des berühmten Schriftstellers im Schloss Lieblitze anregte und zwei Jahre später dort, eben auch in diesem Schloss Lieblitze, eine Tagung über die deutsche Prager Literatur veranstaltete. Also da sind die Bilder dieser Konferenz mit mehreren Teilnehmern, also viele prominente Teilnehmer aus der DDR, beispielsweise Anna Segers. Anna Segers war übrigens mit Goldstücker befreundet. Und jetzt zu diesem Thema mit Kafka, also man könnte sagen, eigentlich eine Literaturkonferenz, warum war plötzlich diese Literaturkonferenz von 1963 so eine große Sensation und nicht nur in der Literaturwissenschaft. Also der Grund dafür ist die Person Franz Kafkas. Vor 1963 war Kafka in der Tschechoslowakei, in der DDR und in der Sowjetunion kaum bekannt. In der osteuropäischen marxistischen Literaturwissenschaft nahm man seine Literatur als Zitat Ausdruck spätbürgerlichen Kultur zerfalls der Dekadenz Ausweglosigkeit des schlechthin inhumanen Zitat Ende war. Goldstücker brach mit dieser Tradition und hob Kafkas Aktualität und wichtige Bedeutung für die sozialistische Gesellschaft hervor. Rückblickend betrachtete der Literaturwissenschaftler die Kafka Konferenz als einen Zitat Anfang für die geistige Befreiung in unserer intellektuellen Welt welche die spätere Reformpolitik begünstigte Zitat Ende Also im Grunde genommen die These von Goldstücker war ohne diese Konferenz 1963 ohne diese Möglichkeit über Kafka und seine Bedeutung zu diskutieren und später über die Konferenz über deutsche Autoren aus Prag ohne diese Konferenzen hätte die geistige Befreiung nicht stattgefunden Das heißt aus der Sicht von Goldstücker waren es deutlich mehr als nur Literatur Konferenzen Literatur wissenschaftliche Konferenzen Jetzt komme ich endlich zum Jahr 1968 1968 erlebte Eduard Goldstücker wohl das wichtigste Jahr seines langen ereignisreichen Lebens Er gehörte zu den tschechoslowakischen Intellektuellen die den Reformkurs unterstützten und maßgeblich die Demokratisierung der Tschechoslowakei mitgestalteten Im Oktober 68 erklärte der Literatur Wissenschaftler in einem Interview mit dem österreichischen Rundfunk ich zitiere Wir kamen schließlich zu dem Schluss dass wir die Tschechoslowakei ein Land sind das in der sozialistischen Phase seiner Entwicklung eine hohe Stufe erreicht hat ein Land das tiefe Traditionen der Demokratie hat Wir kamen zu der Überzeugung dass wir in unserem Land einen Sozialismus verwirklichen sollten der den Bedingungen des Landes entspricht und das ist der Demokratisierungsprozess Für diesen demokratischen Sozialismus setzte sich der im Frühjahr 68 zum Präsidenten des Schriftsteller Verbandes gewählte Goldstücker in seinen öffentlichen Vorträgen und seiner Publizistik ein Die von ihm herausgegebene Verbandszeitschrift Literaturblätter etablierte sich als Sprachrohr der Reformbewegung in der Tschechoslowakei Neben seinen Funktionen an der Karls-Universität und im Schriftstellerverband von Gierte der Literaturwissenschaftler als Abgeordnete des tschechoslowakischen Nationalrats saß in verschiedenen Parteien und Regierungsgremien und wurde im August 68 sogar offiziell ins Präsidium des Zentralkomitees der tschechoslowakischen kommunistischen Partei gewählt Da Goldstücker keinen Hell aus seiner jüdischen Herkunft machte den im Ostblock unter dem Deckmantel des Antizionismus verankerten Antisemitismus verurteilte Darüber hinaus die der tschechoslowakischen Regierung vom Kreml aufgezwungene einseitig pro-arabische Haltung im Nahostkonflikt und den Abbruch der tschechoslowakisch-israelischen diplomatischen Beziehungen im Kontext des israelisch-arabischen Sechstagekrieges scharf kritisierte und dazu und dazu noch für die tschechoslowakisch-israelische Annäherung warb wurde er von seinen Gegnern nicht selten als Zitat widerliche Jude Judenschwein beziehungsweise zionistische Hyäne verteufelt Nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes musste er die Tschechoslowakei verlassen begab sich zunächst nach Wien und später erneut nach Großbritannien wo er seine wissenschaftliche Karriere als Professor für vergleichende Literaturwissenschaft an der University of Sussex in Breiten vorsetzte Im Westen und insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland wurde Goldstücker als Opfer der nationalsozialistischen und kommunistischen Diktatur als renommierte Wissenschaftler sowie als Osteuropa Experte beachtet In der Tschechoslowakei verloren hingegen Goldstücker und seine Mitstreiter ihre Posten wurden aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen und in der Presse verunglimpft Von einem Schauprozess gegen die sogenannten jüdischen Drahtzee des Prager Frühlings also gegen Goldstücker und Kriegel den Moskau westlichen Presseberichten zufolge angestrebt haben soll sah man in Prag jedoch ab 1974 von den Prager Machthabern ausgebürgert konnte Goldstücker erst nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa in die Tschechoslowakei zurückkehren bis zu seinem Tode blieb er ein überzeugter Sozialist der die wirtschaftliche und politische Transformation in Tschechien in den 90er Jahren scharf kritisierte mit dem postkommunistischen Establishment Stritt stritt und sich das typische Leben in der inneren Immigration beklagte er starb 2000 in Prag eine staatliche Auszeichnung erhielt Goldstücke in den 90er Jahren weder in Tschechien noch in der Slowakei die einzige tschechoslowakische Auszeichnung der Klemen Gotwald Orden wurde ihm noch 1970 aberkannt das ist dieser Klemen Gotwald Orden die kuriose Geschichte dieser Auszeichnung verdeutlicht Goldstück Schicksal in der kommunistischen Diktatur der Klemen Gotwald Orden wurde in der Tschechoslowakei für sogenannte besondere Verdienste beim Aufbau des sozialistischen Vaterlandes verliehen und galt als die höchste Auszeichnung in der sozialistischen Tschechoslowakei Goldstück erhielt diesen Orden im April 68 auf dem Zenit seiner Karriere Der Namensgeber des Ordens war aber der erste kommunistische Präsident des Landes Gotwald der eine wichtige Rolle bei der antisemitischen Kampagne der späten 40er und der frühen 50er Jahre gespielt hatte und somit im Grunde genommen für Goldstück Verhaftung 51 verantwortlich gewesen war ein Propaganda Plakat Gotwald zusammen entstanden Die prädizendenzlose Aberkennung des Gotwald Ordens im Fall Goldstücker erscheint aus der Sieg der kommunistischen Regierung in der Tschechoslowakei folgerichtig Nach seiner Auswanderung galt Goldstücker in der Tschechoslowakei als Revisionist Kontrevolutionär und Verräter der den Sozialismus in der Tschechoslowakei angeblich habe vernichten wollen und somit offensichtlich keine besonderen Verdienste beim Aufbau des Sozialismus habe erwerben können Nun komme ich zur Rezeption in der DDR und der Sowjetunion zu meinem vorletzten Punkt Vor der Invasion 68 war der Prager Ordinarius Goldstücker in der DDR und Sowjetunion außerhalb von literaturwissenschaftlichen Fachkreisen weitgehend unbekannt Dies sollte aber im letzten Drittel des Jahres 68 schlagartig ändern In dieser Zeit strotzte die sowjetische und ostdeutsche Presse von Nachrichtenmeldungen Reportagen und Artikeln über die Situation in der Tschechoslowakei wobei in diesen Publikationen Goldstücker oft erwähnt wurde An der ostdeutschen Diffamierungskampagne gegen Goldstücker nahmen etwa der DDR Minister für Kultur Klaus Güzy die Schriftsteller und SED Funktionäre Alfred Kurella und Fried Selbmann die Literaturwissenschaftler Anneliese Größe und Reinhard Weisbach sowie der Filmkritiker Horst Knisch Jetzt möchte ich Ihnen kurz die Fotos von diesen Personen zeigen also Klaus Gysi langjähriger DDR Minister für Kultur Alfred Kurella Schriftsteller und SED und SED Funktionär auch Literaturkritiker Fried Selbmann war auch sehr aktiv in der Literaturkritik in der DDR Horst Knisch ein wahrscheinlich der bekannteste Filmwissenschaftler aus der DDR Zeit Anneliese Löfler geborene Größe nicht zuletzt als eine inoffizielle Mitarbeiterin von Stasi bekannt und dazu noch eine sehr fleißige Mitarbeiterin Ihr Kollege Reinhard Weisbach und auf diesem Artikel komme ich etwas später zu sprechen Goldstücke wurde in ostdeutschen Publikationen vor allem als in Westdeutschland gut vernetztes Zitat Gehirn der Kontrevolution und als Bewunderer der dekadenten Kafka Literatur dargestellt Man warf diesem sogenannten antisowjetischen Hetzer vor seine subversive Arbeit gegen den Sozialismus in Österreich und England vorgesetzt zu haben Obwohl die DDR Presse zionistische die sogenannten zionistischen Einflüsse in der Tschechoslowakei während des Prager Frühlings thematisierte wurde Goldstückers jüdische Herkunft nicht explizit hervorgehoben Ausschlaggebend dafür war höchstwahrscheinlich die Tatsache dass Ostberlin in den Propaganda Angriffen gegen den im Westen angesehenen Literaturwissenschaftler einen westdeutschen Antisemitismus Vorwurf befürchtete und somit mit dem Fall Goldstücker ziemlich vorsichtig umging In der Sowjetunion stand Goldstücker hingegen als kontrrevolutionär und vor allem als Zionist im Vordergrund Fedeführend bei der Verunglimpfung des Literaturwissenschaftlers war die sowjetische Kulturzeitung Literatur Gazeta die Literaturzeitung Am 3. Oktober 68 veröffentlichte diese Zeitung einen umfangreichen Artikel in dem Goldstücker als kaum bekannte Wissenschaftler heimtückischer Hintermann der Kontrevolution und vor allem als zionistischer Agent dargestellt wurde Man konstruierte das abstoßende Feindbild des sogenannten Feiglings Goldstücker der bei den tschechoslowakischen Schauprozessen der 50er Jahre ausschließlich auf die Rettung seines Lebens bedacht gewesen sei deshalb fleißig denunziert und dadurch die lebenslange Strafe erkämpft habe sein sozusagen unwürdiges Verhalten Anfang der 50er Jahre habe seine Geistesverwandtschaft mit Kafka untermauern dessen Zitat dekadente Werke Zitat Ende Goldstücke im Ostblock zu verbreiten versucht habe 1968 habe er seine Position in der Tschechoslowakei genutzt um in diesem Land eine pro-israelische Stimmung zu verbreiten und die tschechoslowakisch-israelische Annäherung voranzutreiben im Kampf gegen seine Gegner habe der Literaturwissenschaftler nicht einmal vor der Antisemitismuskeule zurückgeschreckt dieser Artikel dieser Artikel spiegelte die anfangs erwähnte antisemitische Verschwörungstheorie wieder und lieferte eine Vorlage für weitere sowjetische ostdeutsche und tschechoslowakische Publikationen über die sozusagen zentrale Rolle der Zionisten im Prager Frühling als Beispiel kann die 1970 in Prag auf tschechisch und 1971 in Moskau auf russisch erschienene in der Tschechoslowakei verbreitete und im Westen auch rezipierte Abhandlung über den Zionismus und Antisemitismus erwähnt werden als Verfasser von Gierte der in der Tschechoslowakei bekannte Moskauer Korrespondent des tschechoslowakischen Routfunks Frantische Koller Holocaust in Großbritannien und wurden während der antisemitischen Kampagne Anfang der 50er Jahre verurteilt Im Gegensatz zu Goldstücker der Anfang der 60er Jahre bereits ordinarius an der Karls Universität war und vom demokratischen Sozialismus in der Tschechoslowakei träumte kam Koller erst 1959 frei und blieb ein dogmatischer Verfechter des real existierenden Sozialismus Während Goldstücker seine Sympathie für Israel 68 offen zeigte war Koller ein überzeugter zum Antisemitismus neigender Gegner des Zionismus Koller hielt Goldstücker für seine Leidensgeschichte mitverantwortlich führte seine eigene Festnahme und Verurteilung auf Goldstückers Geständnisse zurück und nahm dem Literaturwissenschaftler übel sich nach seiner eigenen Freilassung und Rehabilitierung für Koller nicht eingesetzt zu haben Es erscheint somit nicht überraschend dass Koller ausgerechnet Goldstücker zur Zielscheibe seiner Angriffe machte Die Niederschlagung des Prager Frühlings und die anschließende Propagandakampagne bot ihm eine günstige Möglichkeit mit dem alten feinen Goldstücker abzurechnen Im Hinblick auf die Schauprozesse der frühen 50er Jahre klagte Koller die falschen Zeugenaussagen Goldstückers an ohne dabei die Tatsache zu erwähnen dass Goldstücke in Haft gefoltert und selbst zu einer lebenslangen Zugthausstrafe verurteilt worden war Er war Goldstücke vor Kafkas Literatur des Prager Ghettos welche die Lebenserfahrungen der verhassten jüdischen Minderheit zu einem Symbol der tschechoslowakischen Hauptstadt und der Tschechien stilisiert und zahlreiche tschechoslowakische Intellektuelle auf die Seite des Staates Israel gezogen zu haben Durch Goldstückers vermeintlich bewusst betriebene Gleichsetzung von Israel-Kritik und Antisemitismus hätten viele Intellektuelle eine proisraelische Haltung eingenommen Zu den besonders aufmerksamen sowjetischen Lesern der erwähnten tschechoslowakischen Abhandlung gehörte der im Westen als radikaler Antizionist und Antisemit bekannte sowjetische Philosoph Wladimir Begun In seinen Publikationen aus den 1970er Jahren ging er systematisch auf Goldstücke ein und kreidete den Zionisten die kontrarevolutionären Ausbrüche in Polen und der Tschechoslowakei an Das ist dieser sowjetische Publizist Wladimir Begun ein von seinen Pamphleten ins Deutsche übersetzt die kriechende Kontrarevolution und hier stehen die tschechoslowakischen Ereignisse im Mittelpunkt Der erwähnte Artikel über Goldstücke in der Literatur Gazette Kollers Abhandlung und Begunst antisemitische Fantasien sind wichtige Elemente der im Ostblock 68 entfesselten Propagandakampagne Diese Propagandakampagne spiegelte das antisemitische Weltbild der Kreml-Herrscher und ihrer osteuropäischen Gehilfen wieder welche die sogenannte Überrepräsentanz von Juden in tschechoslowakischen Führungskreisen inakzeptabel fanden und zudem von einem beträchtlichen antisemitischen Potenzial in ihren Ländern ausgingen Bestrebt dieses Potenzial zu nutzen um die demokratische Bewegung in den Augen der nicht jüdischen Mehrheit als eine jüdische Aktion zu diskreditieren charakterisierte man den Prager Frühling als Teil der vom Westen geförderten zionistischen Verschwörung gegen das sozialistische System und rückte den prominenten Intellektuellen Eduard Goldstücker aufgrund seiner jüdischen Herkunft und nicht zuletzt aufgrund seiner Verbindung mit Israel ins Rampenlicht Ich komme zu meiner Zusammenfassung 1968 blickten zahlreiche Menschen in West- und Osteuropa mit großer Hoffnung Richtung Prag Die Niederschlagung des tschechoslowakischen Sozialismus mit menschlichem Antlitz zerstörte ihre Hoffnungen und bescherte den Ostblock Staaten mehr als 20 weitere realsozialistische Jahre Sie war aber gleichzeitig ein Vorbote des unabwendbaren Untergangs des real existierenden Sozialismus in Europa 1971 stellte Eduard Goldstücker in einem umfangreichen Spiegel-Interview zu treffen Fest ich zitiere Als die Moskauer Führung und ihre Verbündeten das tschechoslowakische Experiment mit Panzern zerquetschten haben sie ihre eigene Zukunft zerquetscht Nach dem Einmarsch des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei feierte die Ostblock Propaganda die sozusagen glückliche Rettung des Sozialismus in der Tschechoslowakei und somit eine weitere Festigung der sozialistischen Staatengemeinschaft Das von Eduard Goldstücker maßgeblich mitgestaltete tschechoslowakische Experiment wurde als ein von außen orchestrierte kontrevolutionärer Ausbruch verurteilt Als jüdischer Theoretiker des tschechoslowakischen dritten Weges überzeugte Verfechter des demokratischen Sozialismus und Israel Sympathisant geriet der Literaturwissenschaftler Goldstücker Ende August 68 ins Kreuzfeuer der Ostblock Propaganda Sowjetische Ostdeutsche und tschechoslowakische Autoren die sich mit Goldstücker befassten und seine tatsächliche Bedeutung im Prager Frühling nicht selten hochspielten schreckten sich nicht vor Erfindungen Verzerrungen und Verleumdungen zurück In ihren von antisemitischen Vorstellungen kommunistischen Machthaber stark beeinflussten Publikationen erschien Eduard Goldstücker als Zand zionistische graue Eminenz und Erzfeind des Sozialismus Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Applaus Applaus Vielen Dank.